Der Vladolf Puttler wurde vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt. Das ist wirklich eine sehr gelungene Aktion, genau eine NATO-Propaganda-Aktion, die wirklich super funktioniert, weil viele ungebildete Bürger, vor allem Westler, weil wir seit 2020 wissen, wie viele ungebildete Leute wir haben in unseren Ländern, zumindest in Sachen Politik. Die werden glauben, dass es irgendwelche Implikationen für das Leben von Vladolf Puttler haben. Unterdessen gehe ich jetzt bald auf Winterthur. Ich habe Aufführungen darüber gemacht. Ihr findet das auch in meinen Events von Tour der Schande auf stricker.tv. Und heute bin ich dort, glaube ich, etwa 170 Anmeldungen, morgen sind es etwa 130 Anmeldungen. Es hat immer noch Platz an beiden Orten, heute Abend nicht mehr so viel. Ihr könnt einfach anmelden, stricker.tv slash events. Und, ja, ich möchte Eier mitnehmen. Dann könnt ihr mich mit Eier bewerfen. Das hat für mich den grossen Vorteil, ich komme in die Zeitung. Es wird dann heissen, antisemantischer Bassist mit Eiern beworfen. Und alle werden sich freuen. Und ich am Allermeisten. Bis bald. Tschau miteinander. Schön. Schön. Vielen Dank.